Oft empfinde ich beim Bibellesen eine richtig tiefe, echte Freude. Ich freue mich über das Wort, das zu mir kommt, das Wort, das mich erreicht, das Wort Gottes, das direkt in mein Leben spricht, das mir Veränderung anbietet, das mich tröstet, das mir Zuversicht, Ermutigung gibt. In ganz vielen Situationen erfüllt mich das Wort Gottes mit einer tiefen Freude, mit einer Sehnsucht nach seinem Wort. Wenn ich Jesus zu mir sprechen höre, direkt in mein Leben rein, wenn ich da lese von den Menschen, die mit Gott unterwegs waren, wenn ich lese, welche Pläne Gott mit seinem Volk hat, dann erfüllt mich das mit tiefer Freude und Zuversicht und mit einer echten Hingabe an Jesus. Ich habe gelesen bei dem Prophet Jeremiah, dass er selbst in einer Gerichtsbotschaft, die er von Gott für das Volk empfängt, selbst in einer Gerichtsbotschaft sagt, Deine Worte sind mein Leben. Ich freue mich von Herzen, wenn Du mit mir redest. Denn ich gehöre ja Dir, Herr, Du Allmächtiger. Eine andere Übersetzung beschreibt es ein bisschen anders, aber auch so intensiv. Fanden sich Worte von Dir, dann habe ich sie gegessen. Und Deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn Dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott der Herrscharen. Auch im Psalm 119, da liest Du diesen Lobgesang im Grunde genommen auf das Wort Gottes. Ich freue mich über Dein Wort, wie einer, der große Beute macht, heißt es da. Wie einer, der große Beute macht. Wie jemand, der einen Gewinn gemacht hat. Wie jemand, der was unglaublich Tolles, Cooles, Großartiges bekommen hat. So freut sich der Psalmbeter über das Wort Gottes, das zu ihm kommt. Ich wünsche Dir, dass Du von dieser Freude angesteckt wirst. Dass Du Dich neu in das Wort Gottes reingräbst und schaust und liest, wie dieses Wort ganz persönlich zu Dir spricht. Wie es Dich ermutigt. Ich wünsche Dir, dass Du Deine Schritte durch das Wort Gottes befestigt. Dass Seine Bestimmungen und Ordnungen Dir helfen, im Leben zu siegen. Und dass Sein Wort Dich belebt und bewahrt. Dass Dein Glaube durch das Wort gestärkt wird und wächst. Alle diese Dinge bietet Dir das Wort Gottes an. Es ist nicht weit entfernt, es ist ganz nah. Du hast es jeden Tag in der Hand, jeden Tag vor den Augen. Und es will in Dein Herz hineinkommen. Ich wünsche Dir, dass das alles in Deinem Leben geschieht. Dass das Wort Gottes zu Dir kommt. Und ich weiß, Gott hat mehr für Dich. Und ich weiß, Gott hat mehr für Dich.